Mit Abstand die beste Beratung. Mit Abstand die besten Konzerte. Schenk den Lukas, präsentiert von der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel. Wir sind Heimat. Auch heute ist mein Kollege Lukas Otte wieder auf Freundin-Mission unterwegs. Gemeinsam mit Kamerafrau Leonie geht es nach Andernach. Hier besuchen die zwei das Seniorenzentrum Marienstift. Die Einrichtung liegt nur wenige Minuten von der historischen Altstadt und vom Rhein entfernt und bietet 132 Menschen die Möglichkeit, das Alter zu genießen. Sicher, umsorgt und dennoch selbstbestimmt. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wird die Wiese des Seniorenzentrums zur Showbühne verwandelt. Voll und ganz in seinem Element gibt Lukas ein bunt gemischtes Programm zum Besten. Doch nicht nur Lukas blüht beim Musizieren auf. Auch den Bewohnern und Bewohnerinnen ist die Freude aus dem Gesicht deutlich zu lesen. Entschuld der Dunkelheit Liebe ist erwacht Endlich ein Entschuld der Dunkelheit Wir bedanken uns für die tolle Zeit und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Liebe ist erwacht Mit Abstand die beste Beratung Mit Abstand die besten Konzerte Schenk den Lukas Das ist präsentiert von der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel Wir sind Heimat Du bist es für die Beratung Das ist für die Beratung Untertitelung des ZDF, 2020